Herzlich Willkommen im WeCon-Netzwerk in Essen. Heute sind wir zum Familientag bei unserem Mitglied die Grubenhelden in Gladbeck. Ich finde es total toll hier, also es ist ein super toller Weihnachtsmarkt. Die Stimmung ist fantastisch, schönes Event für die Familie. Vor allen Dingen heute Abend hier beim WeCon-Event mit Livemusik. Und zu guter Letzt haben wir hier sogar noch einen Weihnachtsbaum mitbekommen. Wir sind bei WeCon, weil WeCon modern ist, weil WeCon familiär ist. Super nette Leute, man kommt sofort in Kontakt. Tolle Vorweihnachtsstimmung mit dem WeCon-Netzwerk. Für alle WeCon-Mitglieder wünschen wir ein wunderschönes, friedvolles Familienfest zu Weihnachten und einen wundervollen, gesunden Rutsch ins neue Jahr.